Musik Ja hallo meine Freunde, ich bin's wie immer, euer Gunshot und heiße euch herzlich willkommen zu diesem Video zu Fuckin' Verloren bzw. Fuckin' Lost oder Incursion in der Challenge Mode bzw. wie auch ihr das schaffen könnt, dieses in dieser Schwierigkeitsstufe zu bestreiten und vor allen Dingen zu schaffen. Wichtig ist an allererster Stelle natürlich einmal das Bild. Wegen dem Videomaterial, das habe ich aus unserem ersten Win mitgenommen bzw. aufgezeichnet und lasse das so ein bisschen im Hintergrund laufen und versuche da anhand ein bisschen zu erklären, was wir genau wie gemacht haben. Zum einen ist natürlich das Bild einmal wichtig. Wir sind zu viert, das ist klar. Wichtig ist einmal, dass einer einen relativ hohen Elektronikwert hat. Dieser Elektronikwert ist vor allen Dingen wichtig, weil wir im Endeffekt Smart Cover benutzen. Weil ihr seht das jetzt gleich, wenn wir jetzt Smart Cover benutzen, seht ihr meine SPS, wie die nach oben schnellt. Ja, alleine durch sein hohes Energielevel bzw. Elektroniklevel haben wir dadurch mehr Schadensoutput. Wann genau wir das im späteren Verlauf verwenden, erzähle ich euch noch. Aber einmal, damit ihr so eine Vorstellung habt, unser EXO, das ist im Endeffekt der mit den hohen Elektronikwert. Der kommt, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, so auf ungefähr 30K oder ein bisschen über 30K Elektronikbild. Und damit haben wir halt übertrieben hohen Schadensoutput und vor allen Dingen auch Schutz, weil der Schutz sich natürlich bei dem Smart Cover auch tendenziell erhöht. Ja, wichtig ist dann natürlich die Fertigkeiten und Talente, die ihr dabei habt. Jeder für sich. Ihr seht jetzt selbst bei mir, ich habe den Flammenwerfer dabei, die Schild-Ulti und den Scanner. Ersetzt bitte den Flammenwerfer durch die Sticky EMP-Bomb. Ja, die bringt euch im Endeffekt wesentlich mehr, gerade dadurch, dass ihr den Flammenwerfer nicht immer in jeder Welle einsetzen könnt. Gerade dann, wenn die Agenten kommen, hacken die den oft. Wir nehmen die EMP-Sticky, um die Gegner zu blenden. Das heißt, um ein paar Sekunden Vorteil zu verschaffen, die mit High-DPS noch runterzurotzen, wenn es mal eng wird. Gerade die Pumpen müssen unbedingt aufgehalten werden, dass die euch nicht sofort aus den Latschen schießen können. Der Scanner ist klar, um einen Überblick zu behalten. Und die Schild-Ulti auch klar, wenn es brenzlig wird oder gerade für den Weg zum MTW, dass man dort sich im Endeffekt auch mit 80% weniger Schadensinput bewegen kann. Der Wesker ist ja einmal noch mit auf Heilung, hat jetzt noch die Damage-Ulti mit drin. Das könnt ihr nehmen, wie ihr wollt. Die sichere Methode wäre, noch eine Schild-Ulti extra mit dabei zu haben. Wir haben die Damage-Ulti einfach mit dabei gehabt, um in Notsituationen einfach auch noch mehr DPS fahren zu können. Des Weiteren seht ihr auch noch eher den Hilfsposten mit dem Immunsystem dabei. Gerade gegen die Drohnen ist das sehr wirkungsvoll, weil die Drohnen euch nicht mehr schocken können. Also auch wieder ein super Vorteil, packt das Ding ein, das sollte permanent aufgestellt sein. Gerade dadurch, dass ihr dann auch Heilung von dem Ding natürlich abkriegt und nicht geschockt werden könnt. Also nicht mehr, wie angewurzelt, fünf Sekunden dasteht und Schaden kassiert. Maxwell ist jetzt für den Anfang noch auf einem etwas anderen Bild. Die Ulti bleibt bei ihm auch die Schild-Ulti, allerdings er wird noch das Schild mitnehmen, was wir denn bei den gefährlichen Wellen gerade mit vielen Rushern aufstellen werden. Aber das seht ihr dann weiter noch im Video. EXO ist, wie gesagt, unser Electronic-Build. Er hat einmal den Scanner dabei, wegen dem Damage-Output, der natürlich tendenziell super nach oben schnellt. Und einmal Smart-Cover, um auch hier wieder den Schutz und den Schaden nochmal zu pushen, was bei jeder Welle wichtig ist und gerade am Anfang bei der ersten Welle auch, so dass ihr dann auch schon in der ersten Welle runterrennen könnt. Durch den hohen Damage-Output werdet ihr schon sehen, dass wir in der ersten Welle so gut wie alle Gegner schaffen. Wir lassen meistens ein bis zwei stehen und werden dann runterrushen in die Pit. Und von dort aus wird alles dort unten stattfinden, weil es einfach der geschützteste Bereich ist. Der Schadens-Output kommt hier natürlich durch EXO, durch sein Smart-Cover, was jetzt hier an der Wand ist, und den Scan, den er geworfen hat. Dadurch kriegen wir die Gegner fix down, wie ihr sehen könnt. Das Schild müsst ihr aufbauen, immer in den Wellen, in denen Rusher kommen. Die größten Rusher-Wellen sind einmal die Welle 4, in der 5 kommen nochmal 2, dann kommt noch Welle 8, Welle 9 und 10 kommen auch nochmal Rusher mit bei, also Pumpen, und ganz wichtig noch Welle 14. Wichtig ist natürlich, das Schild aufbauen, Smart-Cover ran und eigentlich kann euch, je nachdem wie hoch der Elektronikwert ist, schon nicht mehr großartig was passieren. Ihr werdet selbst noch sehen, dass natürlich ab und zu die Bomben das Schild zerstören. Macht euch keinen Kopf, ihr habt danach noch ungefähr 15 Sekunden erhöhte Schutzwerte durch den Schild, wenn es zerstört wurde. Lest euch im Endeffekt die Fertigkeit durch, ich erzähle hier keinen Quatsch. Das bringt euch nochmal einen enormen Vorteil, gerade wenn auch noch Rusher unten sein sollten und das Schild aber schon weg ist. Ganz wichtig ist noch, ihr habt die Ultis, nutzt die Ultis, wird es eng, sieht es schlecht aus, nutzt die Ulti. Egal, was ihr euch denkt, wir könnten die noch brauchen, ist völlig Wurst. Ulti raushauen, nicht verrecken, das ist ganz wichtig. Ihr habt zwischendurch Phasen, die ihr langziehen könnt, gerade wenn zum Beispiel Scharfschützen da sind, ihr könnt Zeit gewinnen. Ihr könnt diese Wellen mit Leichtigkeit nochmal bestreiten und eure Ultis langsam wieder aufladen. Immer Safety first. Wenn ihr eure Gruppe down geht, bringt euch das im Endeffekt gar nichts. Also, überleben da unten, notfalls die Ultis wieder aufladen, denn dauert es halt ein bisschen länger, aber ihr habt trotzdem eine wesentlich höhere Chance, das Ganze zu überleben und zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Was sich auf jeden Fall super anbietet, ist, dass der mit den höchsten Lebenspunkten und den höchsten Resistenz- bzw. Rüstungswerten den Runner stellt. Das heißt, dass er die Bomben platziert. Eine höhere Chance ist es so, dass derjenige auch die Bombe erfolgreich platzieren kann. Damit bin ich erstmal raus. Danke euch auf jeden Fall schon mal fürs Zuschauen und hoffe, ihr könnt mit dem Ganzen was anfangen und auch dann endlich die Incursion in der Challenge-Mode wuppen. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit dem Video und falls noch Fragen sein sollten im Anschluss an das Video, einfach ab in die Kommentare. Ich beantworte euch das gerne und gebe euch auch gerne noch Tipps. Ja, liebe Freunde, ansonsten möchte ich gar nicht mehr quatschen. Im Video werdet ihr auch noch viel erfahren, gerade weil das, wie gesagt, unser erster Run war, mit diesem Bild, was uns bis heute immer noch erfolgreich ans Ende der Mission bringt. Und dort wird auch natürlich noch einiges kommentiert, sodass ihr sehen könnt, wie das abläuft. So, das Schild ist ab. Anna, hinter euch. Hinter uns. Da stehen noch drei. Oh, ich glaube, es geht jetzt kaputt. Kommt. Hinter dir, Exo. Ist down. Kommt noch irgendwo was? Ich haus' gern raus. Jetzt sind's glaube ich noch. Grenadierer. Der kommt vor. Der kommt vor. Geht da kurz an die Wand und dann hoch. Habt ihr immer fünf Sekunden, wo ihr dann... ...schmeiß' den Kasten hin? Jetzt kommen sie. Puh. Puh. Schmeiß' den Kasten hin? Schmeiß' den Kasten hin? An die Wand. An die Wand. An die Wand. Oh, Kasten ist weg. Wird neu gestellt. Wird neu gestellt. Das Kasten geht raus. Eine ist noch da hinten. Er ist da auch. Okay, weg. Eine ist noch beim Boss hinten. Äh, Pumpen kommt. Ja. Schild ist gleich ab. Ja, das Schild hier. Okay. Komm runter. Jetzt. Easy, guys. Super. Ranbleiben. Ranbleiben. Alles gut. Gut. Hinten auf der anderen Seite kommen sie runter. Kommt einer rum. Ich hab gezogen. Oben kommt einer. Schön. Immer schön mal an die Wand da kurz, kurz lehnen. Er ist über uns. Die Bombe ist hier oben. Das ist die Bombe. Genau. So, soll ich direkt rennen? Oder ist noch was? Wenn du möchtest. Ja, links ist ein Grenader noch. Der müsste jetzt auch kommen. Okay. Ist das keinem raus? Gerne, komm. Ja, mach schon. Ach so. Meiner ist besser. Aber ist egal, der will sowieso überschrieben. Ich glaub, der will. Genau. Aber ist gut, dass du den hast. Es geht eigentlich auch darum, dass wir die übersehen. Hm. Kommt. Oh. Ist da jemand? Ich kann jetzt, oder? Ich kann jetzt, oder? Ja, ich würd sagen. Du kannst jetzt nicht mehr mit. Gut, ich hau ab. Hier ist noch einer. Gut, ich bleib unten. Ich muss nicht mehr mit. Ich muss nicht mehr mit. Guck, komm, 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 komm. Es geht noch. Ich fühle mich noch frisch. So läuft das doch richtig. Ich sehe überhaupt keine Sniper diesmal. Ja, einen Grenader haben wir mit uns. Nee, es kommen ja immer 3 Sniper, wenn das Ding aktiviert wird, die Bombe. Nee, 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 am Anfang nicht. Doch, doch klar. Wer ist das? Ach so, wird ja gleich wieder aufgestellt, ja. Runde 5 wahrscheinlich. Es kommen ja 3 Sniper, wenn die Bombe geplantet ist, oben auf den Emporen. So war es bisher sogar. Ja, aber nicht in den höheren Runden. So. Nee, jetzt auch schon. Ja, jetzt auch eigentlich. Da kommen sie jetzt. Ja. Ach so, Sniper. Äh, Schotter. Schotter. Ja, ich brauch kill. Ihr dürft euch dann nicht vor mich stellen, sonst kann ich das nicht blinden. Es gibt uns die Schuld. Ha, Achtung. Schön. Das waren die. Das reicht schon. Was denn jetzt? Oh, fick dich. Was ist los? Seid ihr noch da? Ja. Okay, ich bin geflogen. Ich komme euch wieder rein. Die Division-Dienste standen gerade nicht zur Verfügung. Ich bin wieder da. Ich mach an. Ich bin wieder Sniper. Ich hab eine komplette Welle verpasst. Und? Achtung, da kommt einer rum. Max. Puls. Puls. Ist schon raus. Äh, ist schon raus. Links steht, äh, in dein Agent. Hier bei uns direkt, Max. Mhm. Der rennt jetzt. Ich stell mich mal in die Munitionskiste und switch kurz die Waffe, wenn ich okay ist. Ja. Joll, Sterne. Wappelle. Ich hab, was das DM? Bin ich. Impuls? Grauen Ok, nur Druck Easy Oh Gott Welle, Puls geht raus So Russia Ja, einer kommt rein Nächster kommt rein Schön Unsere Seite Noch welche oben Schild läuft aus Schild Drohnen Schild Einer ist down Klingeling Pass auf Fuck Gib den auf In Runde 8 ist das vollkommen okay Halt Drohne, ich hab noch den Zweimal gezielt, weil So, ich mach mich Ich mach mich auf den Weg Krieg dich nicht raus Ich darf das Ich glaub mit dir Oha Alter Glückwunsch Genau Sehr schön Ist dran Ist dran Müsste aufpassen Oh Danke Oh shit Hat sich geopfert Für mich Ist aber auch egal, ich möchte sowieso gleich wieder Guck mal Heilung raus hier Hab ich grad nicht Kommt gleich Kass Thor Zurzeit nicht verfügbar Guck 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 Hast du nen Scan oder soll ich? Ne, scan du. Okay, scan jetzt raus. Noch ist nichts da. Wasser, Sniper. Ja, jetzt hab ich keinen. Ja, ja, alles gut. Baust du auf oder nicht? Hier kommen Pumpen, hier kommen Pumpen. Zwei Stück. Hinter Waska. Nicht? Da oben, jetzt kommt einer durch die Mitte. Jetzt, ab. Kacke. Oh. Sehr schön. Da kommt gleich noch einer. Ich scanne nochmal. Hier oben. Einer kommt gleich links rum. Kommt jetzt. Kommt runter. Daneben steht noch einer. Ja. Kommt jetzt auch. Oh. Ich hab keinen Scan gerade. Oh, ich kann gleich. Ja, ich hab einen Cooldown. Ich auch. Aber ich glaub bin gleich soweit. Ja, immer wenn's das für euch. Scan kommt. Ja, dann weiß ich nicht. Hier kommt gleich links ein Machine Gunner runter. Schild. Shit. Oh, okay. Ich hab gemacht. Schild ist down. Wer drauf. Machine Gunner ist hier. Achtung vorhin. Ich hab gleich geraten. Ich kann nicht. Ich bin down. Ich bin down. Warte, warte, warte. Jo, danke. Ich scanne die draus. So, meine Ulti ist weg. Wessen Ulti haben wir noch? Max hat noch eine. Ja, shit. Hatte eine. Danke. Ist es noch da? Ich hab grad keinen Scan. Okay. So einen geilen Output. Der wird halt extremst unterschätzt, ne? Was hab ich denn jetzt? Scan. Der Dicke von rechts kommt. Okay. Scheiße. Rechts ist doch nichts. Ach du meinst den, den Agenten. Agent ist down. Den, 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 den MG Schützen da. 1,4 Millionen. Was du? Ach den meinst du da. Und nochmal. Und nochmal. Ich bin fast da unten. Haha. So, der ist da. Da hinten ist er. Oh, oh. Achtung. Position. Ich hab kein Scan. Ich hab's gen. Ist draußen. Leute. Nicht davor stellen. Nicht davor stellen. Ich krieg Schaden. Ich krieg Schaden. Uiuiui. Echt? So. 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 Ich glaub kein Schutt ist da. Ich hab's nicht da. Oh, Sniper. Hm, zwei links. Ich hab gleich Scan raus. Ich hab gleich Scan raus. Dann kann ich Scan kommen. Der Moment nicht der Die Dämpfer werden nicht weggebrochen Die Dämpfer werden nicht auf dem Weg Hier sind die Dämpfer Die Dämpfer werden nicht auf dem Weg verstanden Pass auf, da kommt einer von hinten, um Grenada. Beziehungsweise von vorne, wo wir anfangen. Lass mich auch mal was umbraten. Entschuldige bitte. Ne, ich bleib hier unten stehen. Besser, wenn da vier Leute auf der Treppe stehen. Oh oh oh. So. Ey, unser Schild steht noch. Bombe rechts oben? Hm. Aber das ist mein Moll. Drück mal doppeltasen, äh, max, damit das Schild weggeht. Damit wir es gleich haben, wenn es nicht zu der Leckung kommt. Okay. Weil das war halb kaputt. Das regeneriert sich in der Nachbarzeit. Ja, aber das war halb kaputt. Max. Max. Danke. Hier schießt schön weiter. Wenn einer stirbt, bitte runterkrabbeln. Ich esse dich ab dem Versuch zu tun. Schmeiß dir eine Heilung rüber? Ja. Ach ne. Ich hab dir mal der Ding gegeben. Bensch. Sorry, ich laufe. Aber bitte erst, äh... Ach, das war Max. Der kommt, der drüben zu wieder. Ach ne, er hat ja andere Leute. Okay. Aber er kommt auch zurück. Er hat wesentlich mehr Leben als ich. Wieso, wieviel hat er denn? Knapp 80. 1000. Ah, viel finde ich. Bei dieser die Shot kann er die Rotten nicht auch mit 100k mit Anschluss. Alter, Garni mach keinen Scheiß. Jaja, ich bin jetzt down, aber die Bombe ist schon dran, die Bombe ist dran, ganz ruhig. Ich war auf dem Rückweg, ich war auf dem Rückweg. Ich komme gekrabbelt. So, schonmal Schild dann bereit noch. Ja, was ein Arsch. Hat er mir ne Granate hinterher geschmissen. So, ihr müsst das jetzt kurz ohne mich aushalten, ja? Aber nur ganz kurz, ja? Das schaffe ich nicht, bin geblendet. Ich sterbe ohne dich. Ah, Schild. Dieser Sarkasmus. Ja. Und wie gesagt, denk dran, wird's brenzlig, lieber ne Ulti mehr schmeißen, als drauf zu gehen. Naja, am Schluss sollten wir schon zwei haben. Ja, da kann... Jaja, das stimmt schon. Das ist Recheisen, da ist ja nichts großer rumballern. Daher machen auch viele und versuchen die alle wegzuballern, das bringt nichts. Bombenleger umhauen und dann den Rest einfach ewig ignorieren und drei Ultis schmeißen. Ja. Ich bin da. So. Bereit machen, noch nicht stellen. Cool. Cool. Oh, sorry. Ja, Rushers sind keine hier, oder? Nö. Die Runde mit dem Medic. Ja, hinten ist ein MG-Schütze ziemlich nah dran in unserer Unterkunft hier. Ich bin da. Ich bin da. Kommt gleich runter. Iiiiiei. Iiiiiei. Heiler kommt zu uns runter. Nein, er ignoriert uns und rennt weiter. Ich hab's eigentlich falsch gemacht. Oh. Jo. Down. Und was wollen wir so hart wie hinten dem? Vom Laser? Ich weiß nicht, da hinten ist noch einer. Oder? Bis hierhin hab ich das vorhin auch geschafft, oder? Äh... Jo. Ne. Halt, halt. Wir sind bei der Bombe drauf gegangen. Also ich hab die geplantet und in der See da drauf gegangen. Die alle letzte? Ne, ne, die jetzt hier. Die hier. Elf auf zwölf. Boah, das hat wirklich schon ärgerlich. Wo jetzt da oben aufm Geländer? Na! Oh, jetzt war die Kiste. Achso. Dankeschön. Die sind selber aufgehoben. Wo ist er denn? Ist er da? Oh, ist er da unten? Wo ist er da unten? Wälle? Boah, letzte Wälle. Ich hab die Krüge gescannt. Kannst du nachscannen? Ja. Aber immer noch keine Rush. Ist das richtig? Ne, da kommt aber ein Ding runter. Ein Ding? Ja. Ne, kommt da unten vorbei. Der kommt gleich. Ja. Der kommt gleich. Das muss ich. Der ist nicht. Der ist wuschig. Haha. Der ist wirklich nicht. Oh, danke. Können wir euch das richtig sehen? Haben wir alle vier Ultis, oder die? Das beruhigt mich ein bisschen. Ich bin nicht. Ja. Au. Ja. Die Agenten schießen von da oben. Aus der Position. Pass auf, sagst du. Äh, da kommt jetzt gleich was. Oh, Heilung, ja. Ja, da kommt gleich was. Hinten ist noch nichts. Alter, was war das denn? Hol ich? Da oben stehen, total viele. Oh, die sind total nah an uns dran, wenn die jetzt wollen, ne. Alter, was ist das? Woher kommt das? Woher kommt das? Der, 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 äh, Agent da oben. Auf Verbrüstung. Oh, die sind total nah an uns dran, wenn die jetzt wollen, ne. alter da kommt was ja ich mach meine ulti bereit ja toll ulti geht raus und dran beim karpulver ist da wir haben alle zeit jetzt ruhig das hin Ja, komm. Jetzt rennt der weg. Ich bin jetzt noch hinten links neben dem MTB im Raum ein und der, der jetzt flüchtet vor uns. Er brennt. Nächste Welle. Jan kommt sofort. Jan ist raus. Stell auf. Schottis, Schottis, Schottis. Wo er steht. Kommt in die Mitte einer. Und einer überall. Links und... Kommt einer runter. Ich scanne nochmal nach. Ja. Pass auf, hier kommt noch einer runter. Ich hab Ulti gezündet. Aufpassen. Passt doch die Drohnen auf, ne? Die sind noch da. Karsten? Ja. Ich hab Ex-Agen-Karsten schon verschmissen. Karsten ist down. Aufpassen. Hier. Steal steht wieder. Oben ist ein Agent. Kann sein, dass er gleich runter kommt. Da steht auch schon ein anderer parat. Der kommt runter jetzt. Ne, doch nicht. Kugel kommt. Kugel kommt. Hast du den kommt? Sehr schön. Der scan kommt noch. Gerade. Oh, 보고. Achtung. Da hinten ist ein MG. Schild steht. Oh, freu mich. Ich hole mich schnell in den Mund. Oh! Leute, ich kann die Kiste nicht aufmachen. Ne, hinten ist nur eine. Der mit der Bomben ist hier vorne. Ich hab's erwischt. Boah, Leute. Hier ist ein Boss. Und, und ein Geschütz. Kann ohne Muni nicht helfen, oder so gut wie nicht. Und Drohnen, Drohnen aufpassen. Oh nein. Max, Max. Oh nein, Leute. Wo ist denn die scheiß Drohne? Ich seh den. Kann einer von euch den Kasten aufmachen vielleicht? Ist kein Kasten mehr da. Ist grad kein Kasten da. Das ist richtig abgefasst. Ach, das ist die letzte Runde? Ja. Hol dich. Kasten kommt. Der hat nicht mehr viel. So, sehr schön. Ich hab auch noch einen. Ich hab auch noch einen. Ich könnte tauschen. Also, wir hätten genug wahrscheinlich. Pass auf, ich krieg Schaden. Ich hab keine Heilung mehr. Lass quatschen jetzt. Ja. Also. Los. Ich renn mit dir. Los. Hol dir das Schiff. Ich bleib hier unten. Hast du noch ne Ulti? Ja. Er hat noch eine. Sind die am besten. Jetzt. Bombe sind. Sehr gut. Okay. Hier ist Munition. Bleib einfach unten. Nicht. Einfach nur unten. Egal. Einfach nur überleben, Leute. Ja, 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 ja. Ich versuch's. Alter. Alter. Nur überleben. Macht jetzt keinen Scheiß. Ich... Als ob ich das machen will. Du. 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 vehicles. Alles. Alles gut. Was war daran jetzt nur schwer? Fuck. Fette Scheiße. Are you listening? Are you listening?